Das sind eure Spielregeln. Baut ein unzerstörbares Labyrinth, aus dem es kein Entkommen gibt. Einer von euch wird der Killer sein und die anderen beiden jagen. Diese versuchen eines der beiden Schwerter zu bergen, die der Killer vorher versteckt hat. Dötet euch der Killer, bekommt er für jeden Kill einen Punkt und umgekehrt. Mögen die Spiele beginnen. Herzlich willkommen zu einer Spooky-Spooky-Runde mit dem lieben Cinemalix und dem Kane. Da ist er. Hallo, hallo, hallo. Wir heute im Murder Maze und jetzt keine Zeit verlieren. Gleich Schere, Steins, Papier. Wir drehen uns alle mit den Rücken zueinander. Würde ich mal sagen. Genau. Also erstmal alle angucken, ins Dreieck aufstellen, drehen. Keiner sieht mehr was. Wir wählen Schere, Stein oder Papier. Und auf drei drehen wir uns um. Eins, zwei, drei. Schere. Oh, Fox ist als erster Killer und jetzt noch Kane und ich. Wieso sind wir beide gejagt? Ja, aber für die reinfolgen. Für die nächste Runde, ne? Für die reinfolgen, damit wer der nächste Killer ist. Ah, okay. So. Drehen wir uns nochmal. Und auf drei. Eins, zwei, drei. Verdammt. Verdammt. Eins, zwei, drei. Verdammt. Ihr werdet euch aber noch einig heute, oder? Okay, nochmal. Eins, zwei, drei. Und eins, zwei, drei. Na, geht doch. Na, wunderbar. Ich bin Kür Nummer zwei. Okay, dann dürft ihr hoch. Kannst dem Kane ja dann alles zeigen. Und ich gehe in meine Krypta und ziehe mich um. Alles klar. Nicht vergessen, nur Maske, ja? Nur Maske. Aber eine deiner Wahl. Aber Skin darf ich wechseln? Und Skin kann es dann Skin natürlich ändern. Ja, okay. Ja, ja. Skin darf es ändern. Wir dürfen da schon rein, oder was? Ja, komm jetzt, los. Und sobald dann... Fox, hier, nimm doch einen Stein. Nein. Fox, über den Bauer. Ja. Es gibt eine Schwachstelle in unserem System. Du bist die Schwachstelle in unserem System. Du bist das System meiner Schwachstelle. So, ich nehme jetzt, wie schwer damit ich verstecke? Die Wolke, die Wolke da oben sieht aus wie Papa Schlumpf. Wie ein Zombie. Und die Wolke sieht aus wie Papa Schlumpf. Die sieht aus wie so ein Alien bei Space Invaders. Oder? Total. Und da hinten... Oh fuck, das Labyrinth. Also wenn du dir... Guck dir mal hinter dir die Wolke an. Die sieht aus wie so ein Gruselmonster da oben. So eine Sicht von einem Gruselmonster. Ein Gruselmonster von den Goosebumps. Hier, da in die Richtung. Da. Da, da. Da, da, da. Da. So. Schwert ist es trotzdem zu sehen. Es kann losgehen. Oh Gott. Okay, dann schnell los. Schnell los. Er ist noch unterwegs. Er kommt bei dir mit. Oh Gott. Oh, ich habe jetzt schon Angst. Ich habe jetzt schon Angst. Oh Scheiße. Ich sehe hier gar nichts. Mach heller. Mach Gamma hoch. Cheater. Ich bin schon ein bisschen. Aber ich sehe hier keine... Keine... Keine Kisten. Ich muss... Wo bist du? Warst du hier noch bei mir? Ich bin schon weg. Warum? So läuft das hier also. Oh nein. Wettabärhorn. Du warte ab, bis du den Killer siehst, wie der aussieht. Dann kackst du dir ein. Wenn ich überhaupt meine Kisten... Hallo! Er kommt! Er kommt! Er kommt! Nein, bleib weg! Bleib weg! Oh, das war eine schöne Aktion von dir. Das war eine schöne Aktion. Warum ist denn hier eine Tür? Aaaaaah! Aua! Kannst du aufmachen, kannst du durchgehen. Nein! Ich habe ihn nicht gesehen. Wofür war denn die Tür? Kannst du durchlaufen? Kannst du da die zu machen und verstecken? Aaaaaah! So ihr Lieben, das war das. Ich kann mal kurz auf ihr Räumen, würde ich sagen. Oh mein Gott. Alter! Sehr schön. Oh, da hat er uns einfach mal platt gemacht, wa? Da habe ich euch einfach mal über den Tisch geschreit. Wow, seid ihr... Seid ihr schon ein Labyrinth? Nein, wir sind noch in der Kammer. Ach, ihm doch nicht sowas. Ach so. Jetzt kommt er zu irgendeiner Tür. Verstehe. Wir laufen jetzt los. Ich habe Angst. Es war dunkel. Ne, komm, jetzt laufen wir wirklich los. Ja. Wir wollten eigentlich drinbleiben, aber... Hallo! 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 Wer ist denn da? Kinder der Nacht, ich habe was mitgebracht. Da ist er ja! Ich bin noch hier und warte, bis er weg ist. Befürchtet euch nicht. Befürchtet euch nicht. Der Mann hat hin und her, ich habe Angst. Ich weiß nicht, durch welche Tür ich gehen soll. Sollst du das Angst nochmal rauskommen. Kann nicht wahr sein, dass da immer mal das... Oh Mann, um irgendwo eine Kistensicht... Ach, oh! Komm her! Scheiße! Komm her! Komm her! Ey! Ey, kommt hier! Komm schon! Kady-Hack! Kady-Hack! Ich komme! Ich hoffe gleich hinter dir! Ich komme! Oh, verdammt! Nein! Er ist zurück in den Hauptraum gerannt. Aus Versehen! Ja, aus Versehen! Wo ist er jetzt hin? Ich gehe einfach auf die Tür! Wo ist er jetzt hin? Na, da seid ihr ja! Was? Gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Du lügst! Angsttaktik! Stinkt! Ja, eindeutig. Ey, ich sehe hier keine einzige Kiste. Es ist, äh, auch kernig. Es ist zum Brechen. Es ist auch nicht ohne. Oh Mann, oh Mann. Jetzt komme ich hier schon zum dritten Mal an derselben Stelle vorbei. Das ist ja wirklich schlimm. Nein, eine Kiste gefunden und kein Schwert. Herrgott, wo bin ich denn? Hallo! Ah! Na, Mensch! Ja, schön, dass wir uns wenigstens treffen. Oh Gott, es ist Tages. Eines Tages. Eines Schönen. Jetzt, ey, jetzt sehe ich dieses Dead End schon zum dritten Mal. Kann doch nicht wahr sein. Bin ich denn doof? Ich werde ja wohl noch aus dem blöden Labyrinth kommen. Warst du das, Cain? Wahrscheinlich ich. Hast du die Tür aufgemacht? Wahrscheinlich. Gut, gut, gut. 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 Wo ist denn der Penis? Na ja, dann ist es nicht er. Dann wäre er ja bei mir in der Nähe. Ich hatte gerade eine Tür aufgemacht, ja. Gut, gut, gut. Oh Mann, oh Mann. Vielleicht sollten wir zusammenbleiben. Unsere Überlebenschancen sind höher. Oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich kann es gerade so schlecht einschätzen. Ach ja, wäre mal nur ein Schneider. Ich habe das Gefühl, dass Fox eigentlich schon längst ein Schwert hat. Habe ich bloß verarscht. Kommt gleich nackt nicht weg. Echt gleich geschnitzt. Ah, geschnitzt. Cain, wo bist du denn schon wieder hin? Sagst du doch, wir bleiben zusammen. Ich bin... Hier. Wo denn? Oh Gott, wo bin ich denn jetzt? Cain, wo bist du hin? Komm wieder zurück. Ich bin da, wo... Ey, kannst du jetzt nicht sagen. Ja, stimmt. Das ist richtig. Wo bist du? Wo bist du? Ah, Cain, zurück, zurück. Komm zurück, komm zurück. Willst du mich hier sehen? Oh Gott, komm zurück. Lass uns doch mal hier ein Haar sein. Nein, nein, nein. Cain, komm mal mit. Nicht. Ah! Komm mit. Ah! Oh nein! Oh Gott! Scheiße! Hab ich geblockt! Kenn los! Kenn los! Hab ich geblockt! Er rennt weg! Hier, du Sau. Jetzt kommt es zu mir nicht. Ich nehme jetzt den Comps, erneutig. Wo ist er? Wo ist er? Nein! 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 Oh Gott. Es wird kommen. Ich kriege die Krise. Lauf, Cain, lauf! Ich hab die richtige Krise gefunden. So ein Dreck. Ach, Mann, oh Mann, oh Mann. Verdammt! Ich bin schon zum zweiten Mal gekommen. Das geht fix. Ich hab ihn auch mal irgendwann verloren. Das ging echt super fix. Gemein ist das. Gemein. Hattest du denn schon ein Schwert, Fox? Ich hatte schon ein Schwert, ja. Ich wusste es. Ich wusste es. Ich wusste es. Hatt ich richtig gesehen. Ja. Wärst du mir gefolgt, hätte ich dir das andere gezeigt. Das ist aber brutal. Ich werde dich finden und dann werde ich aufs Dir einen Mantel machen. Einen Mantel? Ich bin hier auf der Söhne. Nach dem zweiten, Alter. Scheiße! Ich hab dich noch so schön erwischt, ey. Dann kann er nämlich auch das zweite Schwert jetzt sehen. Wenn er um die Kurve kommt und man denkt, oh nein, jetzt krieg ich einen. Yes! Zwei Punkte! Was bin ich denn? Auf einem Baum. Angst. Jetzt schon. Mach bestimmt ganz böse Stimme jetzt. Okay, mach doch, ich hab keinen Angst mehr. Ich glaub, ich hab ihn gerade gesehen. Wo? Hier, glaub ich. Hier hinter, glaub ich. Hab ich ihn gesehen. Ihr könnt los. Na dann. Oh mein Gott. Wollen wir? Gemeinsam. Er kann uns nicht beide kriegen. Er kann uns nicht beide kriegen. Oh mein Gott! Laufen! Rennen! 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 Renn! Rennen! Pazze! Pazze! Scheiße, Scheiße. Scheiße, Scheiße. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh, Scheiße. Schleiche, schleiche. Schleiche, schleiche. Oh, ein anderer. Oh nein. Ich sehe dich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das unheimlich, ich weiß nicht. Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Oh, war ja... Oh je. Seid ihr denn? Wo lang, wo lang? Ich habe keine Ahnung. Ich gucke gerade mal. Ich sehe nichts. Ich sehe auch nichts. Meine Augen gewöhnen sich erst an die Dunkelheit. Scheiße, ey. Ich frag mich, wie lange er das grusige Lachen durchhalten kann. Und, und, und? Ich sage nicht. Wirklich nicht. Okay. 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 Bist du eine Hexe? Oder was bist du... Hehehehe. Fox, verlass mich nicht. Ich verlasse mich nicht. Ich verlasse mich nicht. Kannst du mir zeigen, ob du was hast oder nicht? Ob ich was habe? Was meinst du denn? Ja? Aus der Kiste? Hast du was aus der Kiste mitgenommen? Nein. Was soll ich mal mitnehmen? Oh Mann. Was? Was? Ja. Was? Ja. Ich bin noch hier. Ich bin noch hier. Wo bist du? Ich bin noch hier. Oh Gott. Lass mich einfach verlassen. Ne, ne. Ich verlasse dich nicht. Ich gucke. Ich spähe. Oh, ich hör was. Warst du das? Nein. 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 Nein, ich nicht. Lauf. Da ist er. Da ist er. Ja. Engarde du Schelm. Nein. Fuck. Oh Mann. Oh Mann. Scheiß die Wand dann. Nein. Nein. Goodbye. Nein. Verdammt. Ich hab so gehofft, dass er den Weg nicht einschlagen wird. Ah, Käse ey. Ah. Scheiße. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Okay. Ähm. Schäbestand Mapier, wer jetzt dran ist? Ja, ich mach nur kurze Zwischenpause. Ich weiß. Kannst du die mal bitte ausdrücken? Ja. Mit oder ohne, Alter? Oh nein. Das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Das tut mir leid. Scheiße ey. Gute Nachricht, die Picke sind weg. Oder? Das war doch mal. Scheiße, ne. Das tut mir leid. Das hat sich nicht rasiert. Da hast du jetzt verdüht bei mir.